Seit die jüdisch-christliche Bibel die Sünde von Onan beschrieb, Genesis, Kapitel 38, Vers 7 bis 10, hat der Mensch sich mit der Schwere und den Konsequenzen dieses einsamen Lasters beschäftigt. Obwohl die modernen Sexualforscher erläutert haben, dass die Sünde von Onan einfach ein Koitus Interruptus ist, wurde viel Schaden angerichtet durch die jahrhundertelange falsche theologische Auslegung. Abgesehen von Sexualverbrechen ist die Selbstbefriedigung eine der am wenigsten tolerierten sexuellen Handlungen. Während des letzten Jahrhunderts wurden unzählige Texte geschrieben, die die entsetzlichen Folgen der Selbstbefriedigung ausmalen. Praktisch jede körperliche oder geistige Krankheit wurde dem Übel der Masturbation zugeschrieben. Blasse Gesichtsfarbe, Kurzatmigkeit, hinterlistiges Aussehen, eingefallene Wangen, Nervosität, Pickel und Appetitlosigkeit sind nur einige von vielen Merkmalen, von denen angenommen wurde, dass sie von der Selbstbefriedigung kämen. Ein völliger körperlicher und geistiger Verfall wurde denjenigen prophezeit, die nicht auf die Warnungen in den Handbüchern für junge Männer hörten. Man könnte sich fast über die krassen Beschreibungen in solchen Texten amüsieren. Wäre da nicht die traurige Tatsache, dass, obwohl zeitgenössische Sexualforscher, Ärzte, Autoren usw. viel getan haben, um das Stigma der Selbstbefriedigung auszuräumen, die tief sitzenden Schuldgefühle, die durch den Unsinn in diesen Sexfibeln verursacht wurden, nur teilweise behoben werden konnten. Ein großer Teil der Menschen, speziell diejenigen über 40, können es vom Gefühl her nicht akzeptieren, dass Selbstbefriedigung natürlich und gesund ist, selbst wenn sie es vom Verstand her einsehen, und sie übertragen ihre Abneigung oft unbewusst auf ihre Kinder. Man glaubte, dass jemand geisteskrank würde, der sich trotz zahlreicher Ermahnungen weiter selbst befriedigt. Dieser absurde Mythos entstand durch Berichte über die weitverbreitete Selbstbefriedigung von Insassen psychiatrischer Anstalten. Da fast alle unheilbar Geisteskranken masturbieren, wurde angenommen, dass sie dadurch verrückt geworden war. Niemand dachte darüber nach, dass das Fehlen eines Geschlechtspartners und die Hemmungslosigkeit, die typisch für schwere Geisteskrankheiten ist, die wirklichen Gründe für die Selbstbefriedigung der Kranken sind. Vielen Menschen ist es lieber, dass ihr Partner sich anderweitig sexuelle Befriedigung sucht, anstatt sich selbst zu befriedigen, da sie sich schuldig fühlen und die Verachtung ihres Partners fürchten, den sie zur Selbstbefriedigung getrieben haben. In vielen Fällen wird auch der Gedanke als erregend empfunden, dass der Partner mit jemand anderem Geschlechtsverkehr hat, auch wenn dies selten zugegeben wird. Wer durch den Gedanken stimuliert wird, dass sein Partner sich anderweitig sexuell betätigt, sollte dies offen ansprechen, sodass dadurch beide profitieren können. Wenn die Selbstbefriedigung allerdings nur deshalb nicht erlaubt wird, weil einer von beiden Schuldgefühle hat, sollte alles versucht werden, diese Schuldgefühle auszuräumen oder sie für sich zu nutzen. Viele Beziehungen hätten gerettet werden können, wenn die Beteiligten kein schlechtes Gewissen bei der Selbstbefriedigung, die einfach natürlich ist, gehabt hätten. Selbstbefriedigung wird als böse betrachtet, weil es Lust bereitet, sich mit der eigenen Hand an einer verbotenen Zone des Körpers zu streicheln. Die Schuldgefühle, die meistens den Geschlechtsakt begleiten, werden durch die aus religiöser Sicht akzeptable Begründung gemildert, dass die sinnlichen Genüsse notwendig sind, um Nachkommen zu zeugen, selbst wenn man gleichzeitig sorgfältig auf die sicheren Tage im Kalender achtet. Beim Masturbieren kann man sich dagegen mit dieser Begründung nicht selbst beschwichtigen. Ganz gleich, was man dir über die unbefleckte Empfängnis erzählt hat, selbst wenn blindes Vertrauen dich dazu verleitet, diese Absurdität zu schlucken, du weißt genau, wenn du ein Kind zeugen willst, muss ein körperlicher Kontakt mit einer Person des anderen Geschlechts erfolgen. Wer sich schon schuldig fühlt, diese Erbsünde zu begehen, fühlt sich bestimmt noch schuldiger, wenn er diesen Geschlechtsakt nur zu seinem eigenen Vergnügen vollzieht und nicht in der Absicht, Kinder zu zeugen. Der Satanist weiß genau, warum die frommen Eiferer die Selbstbefriedigung als Sünde bezeichnen. Wie bei allen anderen natürlichen Handlungen tun die Menschen es einfach, egal wie streng sie dafür getadelt werden. Schuldgefühle zu verursachen ist eine wichtige Facette ihres heimtückischen Plans, die Menschen zu zwingen, für ihre Sünden zu büßen, indem sie Geld für den Unterhalt der Tempel der Abstinenz spenden. Auch wenn er sich nicht mehr mit der Last religiös begründeter Schuld herumplagt oder denkt, dass er es nicht mehr tut, der moderne Mensch hat trotzdem immer noch Schamgefühle, wenn er seinem Verlangen nach Selbstbefriedigung nachgibt. Oft fühlt ein Mann sich seiner Männlichkeit beraubt, wenn er sich selbst befriedigt, anstatt sich am Wettkampf der Jagd auf Frauen zu beteiligen. Eine Frau befriedigt sich vielleicht selbst, sehnt sich aber gleichzeitig nach der Steigerung ihres Selbstvertrauens, wie sie beim Spiel der Verführung eintritt. Der Möchtegern Casanova, wie auch der falsche Vamp, findet es unangemessen, sich auf Selbstbefriedigung zu beschränken. Beide würden sogar einen weniger passenden Partner vorziehen. Satanisch gesehen ist es dagegen viel besser, sich einer perfekten Fantasievorstellung hinzugeben, als sich auf ein unergiebiges Erlebnis mit einem anderen Menschen einzulassen. Bei der Selbstbefriedigung hat man die ganze Situation unter Kontrolle. Hier ist ein weiterer Beleg für die unstrittige Tatsache, dass Selbstbefriedigung eine völlig normale und gesunde Handlung ist. Alle Mitglieder des Königreichs der Tiere tun es. Auch Menschenkinder folgen ihrem instinktiven Bedürfnis nach Selbstbefriedigung, wenn sie nicht von ihren empörten Eltern dafür ausgeschimpft werden, wie diese zweifellos auch von ihren Eltern dafür ausgeschimpft wurden, ebenso wie die Generationen davor. Es ist traurig, aber wahr, dass die sexuellen Schuldgefühle der Eltern unverändert auf ihre Kinder übertragen werden. Um unsere Kinder vor dem unglückseligen sexuellen Schicksal unserer Eltern, Großeltern und vielleicht sogar vor uns selbst zu schützen, muss die pervertierte Moralvorstellung der Vergangenheit als das entlarvt werden, was sie ist. Eine pragmatische Ansammlung von Vorschriften, die uns zerstören werden, wenn wir sie strikt befolgen. Wenn wir uns von den lächerlichen sexuellen Maßstäben der heutigen Gesellschaft nicht befreien, einschließlich der sogenannten sexuellen Revolution, werden die Neurosen, die durch diese einengenden Regeln hervorgerufen werden, fortbestehen. Die Befolgung der vernünftigen und humanistischen neuen Moralvorstellungen des Satanismus kann und wird eine Gesellschaft erschaffen, in der unsere Kinder gesund und ohne die verheerenden moralischen Altlasten unserer kranken Gesellschaft aufwachsen können. Nicht alle Vampire saugen Blut. Satanismus bedeutet Verantwortung gegenüber den Verantwortungsvollen anstatt Sorge um psychische Vampire. Viele Menschen auf dieser Erde pflegen die Kunst, anderen grundlos das Gefühl zu geben, sie seien für sie verantwortlich oder ständen in ihrer Schuld. Der Satanismus kennt das wahre Gesicht dieser Blutsauger. Psychische Vampire sind Individuen, die anderen ihre Lebenskraft trauben. Diese Menschen sind in allen Bereichen der Gesellschaft zu finden. Sie erfüllen keinen nützlichen Zweck in unserem Leben und werden weder von uns geliebt noch sind sie wahre Freunde. Und trotzdem fühlten wir uns bisher für diese psychischen Vampire verantwortlich, ohne zu wissen warum. Wenn du glaubst, das Opfer eines solchen Zeitgenossen geworden zu sein, kannst du dies mit ein paar einfachen Regeln herausfinden. Gibt es jemanden, den du oft anrufst oder besuchst, obwohl du es eigentlich gar nicht willst, es aber trotzdem tust, weil du dich sonst schuldig fühlst? Oder ertappst du dich dabei, wie du ständig jemandem einen Gefallen tust, der dich gar nicht offen darum bittet, sondern es nur andeutet? Diese psychischen Vampire wenden oft die umgekehrte Taktik an, indem sie sagen, oh, ich kann dich wirklich nicht bitten, das für mich zu tun, und du wirst folglich darauf bestehen, es zu tun. Diese psychischen Vampire würden dich niemals um etwas bitten, das wäre viel zu offensichtlich. Sie lassen ihre Wünsche einfach dezent durchblicken und werden somit nicht als Nervensägen empfunden. Es würde ihnen niemals in den Sinn kommen, jemandem zur Last zu fallen, und sie sind immer bereit, ihr Los zu akzeptieren, nach außen hin. Ihre Sünden bestehen nicht darin, etwas zu begehen, sondern etwas zu unterlassen. Es ist nicht das, was sie sagen, sondern das, was sie nicht sagen, das dir das Gefühl gibt, du seist ihnen etwas schuldig. Sie sind viel zu gerissen, um dich offen, um etwas zu bitten, weil sie wissen, dass du dich darüber ärgern würdest und einen konkreten und berechtigten Grund hättest, sie abzuweisen. Viele dieser Leute haben besondere Merkmale, die ihre Abhängigkeit von dir noch einleuchtender und zwingender machen. Viele psychische Vampire sind gebrechlich oder behaupten es zu sein, oder sie sind geistig oder emotional gestört. Andere heucheln Unwissenheit oder Unfähigkeit, damit du aus Mitleid oder öfter noch aus lauter Verzweiflung die Sachen selber erledigst. Der traditionelle Weg, Dämonen oder Elementalwesen zu bannen, ist, sie als das zu erkennen, was sie sind und auszutreiben. Diese modernen Dämonen und ihre Methoden zu erkennen, ist das einzige Mittel gegen ihren verheerenden Einfluss. Die meisten Menschen nehmen das heuchlerische Wesen dieser auf passive Weise bösartigen Individuen nur deshalb für bare Münze, weil sie nie auf ihre heimtückischen Schachzüge aufmerksam gemacht wurden. Sie glauben einfach, dass diese armen Seelen weniger Glück gehabt haben als sie selbst und haben daher das Gefühl, ihnen helfen zu müssen, wo sie nur können. Es ist dieses fehlgeleitete Verantwortungsgefühl oder das grundlose Gefühl von Schuld, das die Nächstenliebe steigert, von der diese Parasiten profitieren. Der psychische Vampir kann nur deshalb existieren, weil er sich geschickt, gewissenhafte, verantwortungsvolle Leute als Opfer aussucht, Leute, die ihre moralischen Verpflichtungen sehr ernst nehmen. Manchmal werden wir anstatt von Einzelpersonen auch von einer Gruppe von Menschen vampirisiert. Jede Organisation, die Spenden sammelt, sei es eine wohltätige Stiftung, ein Gemeinderat, ein religiöser oder bruderschaftlicher Verein, sucht sich sorgfältig einen Menschen als Vorsitzenden oder Geschäftsführer aus, der dazu geeignet ist, anderen das Gefühl der Schuld zu geben. Die Aufgabe dieses Vorsitzenden ist es, uns so einzuschüchtern, dass wir zuerst unsere Herzen und dann unsere Brieftaschen diesem guten Menschen öffnen, wobei nie erwähnt wird, dass sie ihre Zeit oftmals nicht kostenlos opfern, sondern einen fetten Lohn für ihre noblen Taten erhalten. Sie sind Meister im Spiel mit dem Mitleid und der Hilfsbereitschaft verantwortungsvoller Menschen. Wie oft sehen wir kleine Kinder, die von diesen selbstgerechten, üblen Kerlen vorgeschickt werden, um dem Gutwilligen mühelos seine Spende zu entlocken. Wer kann schon dem unschuldigen Charme eines Kindes widerstehen? Es gibt zwar Menschen, die nur glücklich sind, wenn sie geben können, aber viele sind es nicht, die zu dieser Kategorie gehören. Leider wird oft von uns verlangt, Dinge zu tun, von denen wir glauben, dass man sie nicht von uns verlangen sollte. Für einen pflichtbewussten Menschen ist es schwierig, zwischen freiwilliger und aufgedrängter Wohltätigkeit zu unterscheiden. Er will tun, was richtig und gerecht ist und findet es verwirrend, sich entscheiden zu müssen, wem er helfen soll und in welchem Umfang Hilfe berechtigterweise von ihm erwartet werden darf. Jeder muss für sich selbst entscheiden, welche Verpflichtungen er gegenüber seinen Freunden, seiner Familie und der Gesellschaft hat. Bevor man seine Zeit und sein Geld denjenigen opfert, die nicht zur Familie und zum engeren Freundeskreis gehören, muss man entscheiden, was man abgeben kann, ohne seine Nächsten zu benachteiligen. Hierzu gehört auch, bei denen, die einem viel bedeuten, an sich selbst zu denken. Man muss sorgfältig die Berechtigung der Bitte und die Persönlichkeit oder Motivation des Bittenden prüfen. Es ist extrem schwierig, Nein sagen zu lernen, wenn man sein ganzes Leben lang Ja gesagt hat. Aber wer nicht ständig ausgenutzt werden will, muss lernen, unter bestimmten Umständen Nein zu sagen. Wer zulässt, dass psychische Vampire sich allmählich in seinem Alltagsleben einnisten, hat bald kein Privatleben mehr und das ständige Verantwortungsgefühl wird seine Energien erschöpfen. Ein psychischer Vampir sucht sich zum Aussaugen immer jemanden aus, der relativ zufrieden mit seinem Leben ist, jemanden, der glücklich verheiratet ist, zufrieden mit seiner Arbeit und im Großen und Ganzen gut mit der Welt, in der er lebt, zurechtkommt. Die Tatsache, dass sich der psychische Vampir glückliche Menschen als Opfer aussucht, zeigt, dass ihm dies alles fehlt und er wird tun, was er kann, um Ärger und Missklang zwischen seinem Opfer und den Menschen, die es gern hat, zu schüren. Deshalb sei er vorsichtig bei jedem, der keine richtigen Freunde und kein wirkliches Interesse am Leben außer an dir hat. Er wird dir wahrscheinlich sagen, dass er sehr wählerisch bei der Auswahl seiner Freunde ist oder dass er nicht leicht Freundschaften schließt, da er besonders hohe Anforderungen an seine Gefährten stellt. Um Freunde zu gewinnen und zu behalten muss man gewillt sein, einen Teil von sich selbst zu geben, aber dazu ist der psychische Vampir nicht fähig. Und er wird eilig hinzufügen, dass du jede seiner Anforderungen erfüllst und dass du eine wahrhaft große Ausnahme unter den Menschen bist. Du bist einer der wenigen, die seiner Freundschaft würdig sind. Um nicht verzweifelte Liebe, die auch sehr selbstsüchtig ist, mit psychischem Vampirismus zu verwechseln, muss man den großen Unterschied zwischen beiden klarstellen. Der einzige Weg, festzustellen, ob man vampirisiert wird, ist zu vergleichen, was man von einem Menschen erhält und was man dafür gibt. Manchmal sind einem die Verpflichtungen lästig, die die Angehörigen, ein naher Freund oder gar der Arbeitgeber einem auferlegen, aber bevor man diese Menschen als psychische Vampire abstempelt, muss man sich fragen, was bekomme ich dafür als Gegenleistung? Wenn deine Frau oder Geliebte darauf besteht, dass du sie oft anrufst, du aber auch von ihr verlangst, dass sie dir über die Zeit, die ihr nicht zusammen verbringt, Rechenschaft ablegt, musst du einsehen, dass das eine Situation des Gebens und des Nehmens ist. Auch wenn ein Freund häufig zu unpassender Zeit anruft und um Hilfe bittet, von dem du aber auch manchmal dringend Hilfe benötigst, so ist das ein fairer Tausch. Wenn dich dein Arbeitgeber fragt, ob du ein wenig mehr tun könntest, als normalerweise in deinem Arbeitsbereich von dir verlangt wird, aber andererseits darüber hinwegschaut, dass du gelegentlich zu spät kommst oder dir bei Bedarf freigibt, dann hast du sicher keinen Grund zu klagen und dich von ihm ausgenutzt zu fühlen. Es ist jedoch Vampirismus, wenn du unaufhörlich zu etwas aufgefordert wirst oder ständig jemand etwas von dir erwartet, der immer gerade dann andere dringende Verpflichtungen hat, wenn du ihn um einen Gefallen bittest. Viele psychische Vampire schenken dir materielle Dinge, damit du das Gefühl hast, ihnen eine Gegenleistung zu schulden und dich so an sie zu binden. Der Unterschied zwischen deinem und ihrem Geben besteht darin, dass deine Gegenleistung nicht von materieller Art sein muss. Sie wollen, dass du dich ihnen gegenüber verpflichtet fühlst und wären sehr enttäuscht und sogar verärgert, wenn du versuchen würdest, ihnen materielle Dinge zurückzuzahlen. Genau genommen hast du deine Seele an sie verkauft und sie erinnern dich ständig an die Schuld, die du ihnen gegenüber hast, indem sie sie nicht erwähnen. Für einen wahren Satanisten ist der einzige Weg, mit einem psychischen Vampir zu verkehren, sich dumm zu stellen und so zu tun, als wären sie tatsächlich uneigennützig und würden wirklich keine Gegenleistung erwarten. Erteile ihnen eine Lehre, indem du liebenswürdig annimmst, was sie dir geben. Du musst ihnen so laut dafür danken, dass alle es hören und dann weggehen. So gehst du als Sieger aus der Angelegenheit hervor. Was können sie schon sagen? Aber wenn sie von dir unvermeidlich erwarten, dass du ihre Großzügigkeit honorierst, das ist der harte Teil, dann sage nein, aber wie gesagt liebenswürdig. Wenn sie merken, dass du ihnen aus den Krallen fällst, werden zwei Dinge geschehen. Zuerst werden sie den Niedergeschlagenen spielen, in der Hoffnung, dass dein altes Gefühl von Pflicht und Mitleid wiederkommt, und wenn, falls dies nicht so ist, werden sie ihr wahres Gesicht zeigen und böse und rachsüchtig werden. Wenn du sie erst einmal bis zu diesem Punkt getrieben hast, kannst du so tun, als wärst du gekränkt. Schließlich hast du nichts Falsches getan. Du hattest nur zufällig, als sie dich brauchten, wichtige andere Verpflichtungen, und da keine Gegenleistung für ihre Geschenke erwartet wurde, gibt es auch keinen Grund zur Verärgerung. Normalerweise merkt der Vampir, wenn seine Methoden entdeckt worden sind, und wird nicht länger auf der Sache herumreiten. Er wird seine Zeit nicht weiter mit dir vergeuden, sondern sich sein nächstes, ahnungsloses Opfersuchen. Es kommt jedoch vor, dass der Vampir nicht ohne weiteres locker lässt und alles nur Mögliche versuchen wird, um dich zu quälen. Er kann viel Zeit darauf verwenden, denn wenn er erst einmal zurückgewiesen worden ist, wird er alles andere, das wenige andere, das er sonst noch hat, vernachlässigen, um ununterbrochen auf Rache zu sinnen, auf die er ein Recht zu haben glaubt. Aus diesem Grund ist es das Beste, einer Bekanntschaft mit Menschen dieser Art von Anfang an aus dem Weg zu gehen. Du fühlst dich von ihrer Schmeichelei und ihrer Abhängigkeit zuerst vielleicht geehrt, und ihre materiellen Geschenke sind reizvoll, aber später wirst du alles vielfach zurückzahlen müssen. Verschwende deine Zeit nicht auf Menschen, die dich letztendlich zerstören, sondern konzentriere dich stattdessen auf diejenigen, die deine Verantwortung zu schätzen wissen und sich auch dir gegenüber verantwortlich fühlen. Und wenn du ein psychischer Vampir bist, dann höre zu. Nimm dich vor dem Satanisten in Acht. Er ist bereit und gewillt, dir voller Schadenfreude den sprichwörtlichen Pfahl ins Herz zu rammen. Sinnesfreude ohne Zwang Die höchste Ebene der menschlichen Entwicklung ist es, sich seiner Körperlichkeit bewusst zu sein. Der Satanismus bestärkt seine Anhänger darin, ihren natürlichen Trieben nachzugeben. Nur so kann man völlig zufrieden und ohne Frustrationen leben, die für einen selbst und andere schädlich sein können. Deshalb lautet die einfachste Beschreibung der satanischen Denkweise »Sinnesfreude statt Enthaltsamkeit«. Die Menschen verwechseln oft Zwang mit Sinnesfreude, aber zwischen beiden besteht ein großer Unterschied. Zwang entsteht niemals aus Sinnesfreude, sondern dadurch, dass man nicht zur Sinnesfreude fähig ist. Wenn etwas tabuisiert wird, verstärkt sich nur das Verlangen danach, es zu tun. Jeder tut gern Dinge, die man ihm verboten hat. Die verbotenen Früchte sind die süßesten. Websters enzyklopädisches Wörterbuch erklärt Sinnesfreude als »Sich einer Sache hingeben, sich nicht zurückhalten oder widersetzen, freien Lauf lassen, Befriedigung durch hingeben, gewähren lassen.« Die Definition des Begriffes »Zwang« im gleichen Lexikon lautet »Der Vorgang des Bezwingens oder Antreibens mittels physischer oder psychischer Gewalt«. »Bezwingen des Willens«, »Zwingend, obligatorisch«. Mit anderen Worten, Sinnesfreude schließt die freie Wahl mit ein, während »Zwang« das Fehlen von Auswahlmöglichkeiten bedeutet. »Hat jemand keine Möglichkeit, seine Bedürfnisse auszuleben, so stauen sich diese schnell auf und werden zu zwängen. Wenn alle die Möglichkeit hätten, ihre persönlichen Bedürfnisse in regelmäßigen Abständen an einem bestimmten Ort auszuleben, ohne Angst vor Peinlichkeit oder Vorwürfen, wären sie so ausgeglichen, dass sie ein Alltagsleben ohne Frustrationen führen könnten. Befreit könnten sie voller Schwung jede Verpflichtung auf sich nehmen, die zu übernehmen sie sich ausgesucht haben, anstatt halbherzig und ohne Kreativität an die Arbeit zu gehen, weil sie ihre natürlichen Triebe verleugnen müssen. Das trifft jedenfalls in den meisten Fällen zu. Es gibt aber auch Menschen, die unter Druck besser arbeiten können. Im Allgemeinen sind es meistens die künstlerischen Berufe, die einen gewissen Druck brauchen, um ihre Fähigkeiten voll zu entfalten. Mehr dazu später im Zusammenhang mit der Erfüllung durch Verweigerung. Das bedeutet aber nicht, dass alle Künstler so veranlagt sind. Im Gegenteil, viele Künstler können erst richtig kreativ arbeiten, wenn sie ihre grundlegenden animalischen Bedürfnisse befriedigt haben. Meistens sind es jedoch nicht die Künstler oder Individualisten, denen es an der Möglichkeit zum Ausleben ihrer Bedürfnisse fehlt, sondern die durchschnittlichen Männer und Frauen der Mittelschicht. Es ist eine Ironie, dass ausgerechnet der verantwortungsbewusste, ordentliche Mensch, derjenige, der die Rechnungen der Gesellschaft begleicht, derjenige ist, der am wenigsten dafür zurückbekommt. Er muss ständig auf seine moralischen Verpflichtungen achten und wird verurteilt, wenn er sich ganz einfach seinen natürlichen Bedürfnissen hingibt. Die satanische Religion hält dies für eine grobe Ungerechtigkeit. Derjenige, der seinen Verpflichtungen nachkommt, sollte vorrangig ein Recht auf Vergnügungen seiner Wahl haben, ohne Zensur durch die Gesellschaft, der er dient. Endlich wurde eine Religion, Satanismus, geschaffen, die diejenigen lobt und belohnt, die die Gesellschaft, in der sie leben, unterstützen, anstatt sie für ihre natürlichen Triebe zu verurteilen. Aus jeder Sammlung von Grundsätzen, seien sie religiös, politisch oder philosophisch, kann etwas Gutes abgeleitet werden. Aus Hitlers wahnsinnigem Konzept ragt ein Punkt als leuchtendes Beispiel dafür heraus. Kraft durch Freude. Hitler war nicht verrückt, als er den Deutschen Glück für ihr persönliches Leben versprach, um sich ihre Treue zu sichern und sie zu Höchstleistungen anzutreiben. Es ist längst erwiesen, dass die meisten Krankheiten psychosomatisch bedingt sind und dass psychosomatische Krankheiten eine direkte Folge von Frustrationen sind. Man sagt, die Guten sterben jung. Die Guten nach christlichen Maßstäben sterben wirklich jung. Es ist die Frustration unserer natürlichen Triebe, die zu einem vorzeitigen Verfall unserer geistigen und körperlichen Verfassung führt. Es ist modern, sich auf die Vervollkommnung von Gemüt und Geist zu konzentrieren und zu glauben, dass es primitiv, ordinär und ungehobelt ist, seinem Körper, der doch die eigentliche Hülle ist, ohne die Gemüt und Geist gar nicht existieren könnten, Freude zu bereiten. Dabei haben in der letzten Zeit die meisten Menschen, die sich für emanzipiert halten, die Normalität nur verlassen, um in die Idiotie zu transzendieren. Indem sie ihren Hintern krümmen, bis sie ihren Bauchnabel treffen und sich von wilden und exotischen Diäten wie braunem Reis und Tee ernähren, glauben sie, sie würden ein hohes Niveau geistiger Entwicklung erreichen. Unsinn, sagt der Satanist. Er isst lieber etwas Leckeres, übt seine Imagination und transzendiert mittels physischer und emotionaler Erfüllung. Nach Meinung des Satanisten müsste doch jeder froh sein, nach so vielen Jahrhunderten unsinniger religiöser Vorschriften endlich einmal Mensch sein zu dürfen. Wer glaubt, dass er die Mittelmäßigkeit vermeiden kann, indem er seine natürlichen Bedürfnisse unterdrückt, sollte sich die östlichen mystischen Religionen ansehen, die sich seit einigen Jahren einer großen Beliebtheit erfreuen. Das Christentum ist ein alter Hut, deshalb haben sich diejenigen, die diesen Fesseln entrinnen wollten, den sogenannten erleuchteten Religionen wie dem Buddhismus zugewandt. Obwohl das Christentum seine Kritik verdient hat, wird ihm vielleicht mehr Schuld zugewiesen, als es verdient. Die Anhänger des mystischen Glaubens sind genauso des Mangels an Humanismus schuldig, wie die fehlgeleiteten Christen. Beide Religionen basieren auf abgedroschenen Philosophien, aber die mystisch Frommen beteuern, erleuchtet und befreit zu werden von dem schuldbelasteten Dogma, das typisch für das Christentum ist. Die östliche Mystik ist noch mehr darum besorgt, als der Christ, alle animalischen Handlungen zu vermeiden, die ihn daran erinnern, dass er kein Heiliger ist, sondern lediglich ein Mensch, nur in anderer Form als ein Tier, manchmal besser, häufig jedoch schlechter als die Vierbeiner, der aufgrund seiner göttlichen geistigen und intellektuellen Entwicklung zum bösartigsten aller Tiere geworden ist. Der Satanist fragt, was ist falsch am Menschsein und daran, sowohl menschliche Grenzen als auch Fähigkeiten zu haben? Indem er seine Wünsche verleugnet hat, kommt der Mystiker der Überwindung von Zwängen genauso wenig näher, wie seine gleichgesinnte Seele, der Christ. Die mystischen östlichen Religionen haben den Menschen beigebracht, ihren Bauchnabel zu betrachten, auf dem Kopf zu stehen, nackte Wände anzustarren, keine Etiketten im Leben zu verwenden und sich selbst gegen jedes Verlangen nach materialistischen Freuden zu disziplinieren. Nichtsdestotrotz bin ich sicher, dass du schon genauso viele sogenannte Yogis gesehen hast, die wie jeder andere nicht auf das Rauchen verzichten können. Oder genauso viele angeblich emanzipierte Buddhisten, die ebenso erregt werden wie weniger bewusste Menschen, wenn sie mit dem anderen oder in manchen Fällen auch dem gleichen Geschlecht konfrontiert werden. Wenn man sie allerdings nach dem Grund für ihre Heuchelei fragt, ziehen sie sich auf die Zweideutigkeiten zurück, die für ihren Glauben kennzeichnend sind. Niemand kann sie festnageln, wenn keine klaren Antworten gegeben werden. Der einzige Grund, der diese Menschen dazu gebracht hat, eine Religion der Abstinenz zu predigen, ist die Sinnesfreude. Ihr zwanghafter Masochismus ist der Grund, warum sie sich eine Religion ausgesucht haben, die nicht nur die Selbstverleugnung befürwortet, sondern sie dafür lobt. Auf diese Weise haben sie einen sakrosankten Weg für ihre masochistischen Bedürfnisse gefunden. Je mehr Missbrauch sie ertragen können, umso heiliger werden sie. Der Masochismus ist für die meisten Menschen eine Zurückweisung der Sinnesfreude. Der Satanismus deckt die tiefergehenden Gründe auf und hält den Masochismus dagegen dann für eine Art Sinnesfreude, wenn der Versuch, jemanden von seinen masochistischen Neigungen abzubringen, auf Unwillen und oder Misserfolg trifft. Der Satanist verurteilt diese Menschen nicht, weil sie ein Ventil für ihre masochistischen Bedürfnisse gefunden haben, aber er empfindet eine große Verachtung denjenigen gegenüber, die nicht ehrlich genug sein können, wenigstens sich selbst gegenüber, ihren Masochismus als einen natürlichen Teil ihrer Persönlichkeit zu erkennen und zu akzeptieren. Eine Religion als Entschuldigung für Masochismus zu gebrauchen, ist schon schlimm genug, aber diese Menschen haben obendrein noch die Unverschämtheit, sich denjenigen gegenüber erhaben zu fühlen, die ihre Fetische nicht verleugnen. Diese Menschen wären die Ersten, die einen anderen verurteilen, der seine Befriedigung darin findet, sich einmal wöchentlich von jemandem durchprügeln zu lassen und der sich dadurch von dem Druck befreit, der ihn sonst zu einem zwanghaften Kirchgänger oder religiösen Fanatiker machen würde. Indem er ein Ventil für seine masochistische Veranlagung findet, braucht er sich nicht mehr zu erniedrigen und zu verleugnen, wie es diese zwanghaften Masochisten tun. Die Satanisten werden dazu ermutigt, den sieben Todsünden zu frönen, womit sie niemandem wehtun, denn diese wurden von der christlichen Kirche nur erfunden, um ihren Anhängern Schuldgefühle zu verursachen. Die christliche Kirche weiß genau, dass niemand diesen Sünden entgehen kann, da es alles Dinge sind, die wir Menschen von Natur aus tun. Wenn diese Sünden dann unvermeidlich begangen worden sind, bietet die Kirche finanzielle Möglichkeiten, um sich bei Gott frei zu kaufen und somit das Gewissen des Gemeindemitglieds reinzuwaschen. Satan hat noch nie ein Regelbuch benötigt, da die Lebenskraft selbst dafür sorgt, dass der Mensch sündhaft und fest entschlossen ist, sich und seine Gefühle zu erhalten. Nichtsdestotrotz wird versucht, seinen Körper und seine Existenz um seiner Seele willen zu demoralisieren, was nur beweist, wie irreführend und missbräuchlich die Begriffe Sinnesfreude und Zwang verwendet werden. Sexuelle Handlungen werden vom Satanismus selbstverständlich akzeptiert und befürwortet, aber die Tatsache, dass er die einzige Religion ist, die diesen Standpunkt einnimmt, ist offensichtlich der Grund, warum immer so viel darüber geschrieben wird. Da die meisten Menschen Religionen angehören, die sie sexuell unterdrücken, ist es normal, dass alles, was zu diesem provokanten Thema geschrieben wird, eine reizvolle Lektüre bietet. Wenn alle Versuche, etwas zu verkaufen, sei es ein Produkt oder eine Idee, misslungen sind, mit Sex klappt es immer. Der Grund dafür ist, dass, obwohl die Menschen Sex heutzutage bewusst als normale und notwendige Funktion akzeptieren, ihr Unterbewusstsein immer noch an das Tabu gebunden ist, das die Religion ihnen auferlegt hat. Und darum wird das, was ihnen verweigert wird, umso heftiger begehrt. Das Schreckgespenst des Sex überschattet in der Literatur über die satanistische Weltanschauung alles andere, was sonst noch über Satanismus geschrieben wurde. Der wahre Satanist wird vom Sex nicht mehr beherrscht, als von irgendwelchen anderen Bedürfnissen, die er hat. Wie bei allen anderen vergnüglichen Dingen beherrscht der Satanist den Sex, anstatt von ihm beherrscht zu werden. Weder ist er der perverse Teufel, der nur darauf wartet, jede Jungfrau zu entjungfern, noch ist er degeneriert und lungert verstohlen in schmutzigen Buchläden herum, wo er über den schlimmen Bildern sabbert. Wenn Pornografie genau das ist, was er sich gerade wünscht, dann kauft er eben, ohne sich zu schämen, einige ausgewählte Wir müssen akzeptieren, dass der Mensch wegen seiner dauernden Unterdrückung verärgert ist, aber wir müssen alles tun, um die sündhaften Bedürfnisse der Menschen wenigstens abzumildern, sonst rennen sie zügellos in dieses neue Zeitalter, sagen die frommen Eiferer des Pfades zu Rechten, dem fragenden Satanisten. Warum denkt ihr immer noch, dass diese Bedürfnisse sündhaft sind und unterdrückt werden müssen, wenn ihr jetzt doch zugebt, dass sie natürlich sind, entgegnet der Satanist. Könnte es sein, dass die Weißlichter ein wenig angesäuert sind, weil sie nicht vor den Satanisten auf die Idee gekommen sind, eine Religion zu schaffen, der man gern folgt? Und würden sie in Wahrheit nicht vielleicht auch lieber ein bisschen mehr Freude am Leben haben, dies aber nicht zugeben, um ihr Gesicht nicht zu verlieren? Und befürchten sie vielleicht, dass die Leute, wenn sie vom Satanismus hören, sagen, das ist etwas für mich, warum soll ich weiter einer Religion folgen, die mich für alles, was ich tue, verurteilt, obwohl eigentlich gar nichts an mir verkehrt ist? Der Satanist denkt, dass dies mehr als wahrscheinlich ist. Zwar gibt es viele Beispiele dafür, dass die alten Religionen immer mehr von ihren lächerlichen Beschränkungen aufgeben, aber wenn die ganze Religion auf Abstinenz anstatt Sinnesfreude, wie es eigentlich sein sollte, basiert, dann bleibt nach der Modernisierung wenig übrig, was den heutigen Bedürfnissen des Menschen entspricht. Warum also Zeit vergeuden und auf ein totes Pferd setzen? Die Parole des Satanismus lautet Sinnesfreude anstatt Enthaltsamkeit. Aber sie ist kein Zwang. Über das Menschenopfer Der vermeintliche Grund für ein Opferritual ist, die Energie aus dem Blut eines frisch geschlachteten Opfers in die Atmosphäre der magischen Arbeit einzubringen. Dadurch sollen sich die Erfolgschancen des Magiers vergrößern. Da Blut Lebenskraft bedeutet, nehmen die Weißmagier an, dass es keinen besseren Weg gibt, die Götter oder Dämonen zu besänftigen, als ihnen eine ausreichende Menge davon anzubieten. Wenn man diese These mit der Tatsache verbindet, dass eine sterbende Kreatur reichlich Adrenalin und andere biochemischen Energien ausschüttet, so hat man scheinbar eine unschlagbare Kombination. Da dem Weißmagier natürlich klar ist, welche Konsequenzen die Ermordung eines Menschen nach sich zieht, verwendet er für seine Zeremonien Vögel, Hühner oder andere niedere Lebewesen. Offensichtlich empfinden diese scheinheiligen Schurken keine Schuld, wenn sie anstatt eines Menschen ein anderes Leben vernichten. Ein Magier, der seinen Namen verdient, ist dagegen fähig genug, die nötige Kraft aus seinem eigenen Körper zu gewinnen, anstatt aus einem unfreiwilligen und unschuldigen Opfer. Entgegen allen herkömmlichen magischen Theorien wird die Freisetzung dieser Kraft nicht durch das Blutvergießen erreicht, sondern durch den Todeskampf der lebenden Kreatur. Diese Entladung bioelektrischer Energie ist dasselbe Phänomen, das bei einer heftigen Verstärkung von Gefühlen auftritt, wie zum Beispiel ein Orgasmus, blinder Zorn, tödlicher Schrecken, verzehrender Kummer etc. Von diesen Gefühlsregungen sind Orgasmus und Wut diejenigen, die man am einfachsten durch eigene Willenskraft erzeugen kann. Als drittes folgt der Kummer. Wenn man bedenkt, dass zwei der drei Regungen, die am leichtesten erzielt werden können, Orgasmus und Wut, den Menschen als sündhaft ins Unterbewusstsein eingebrannt wurden, so ist es kein Wunder, dass diese von den Weißmagiern die riesige Mühlsteine an Schuld mit sich herumschleppen, gemieden werden. Die hemmungslose und dumme Absurdität, auf dem Höhepunkt eines Rituals, ein unschuldiges Lebewesen zu töten, wie es von einstigen Hexern praktiziert wurde, halten sie offensichtlich für das geringere Übel, um eine Energieentladung zu erzeugen. Diese armen, schuldgeplagten Irren, die sich selbst Hexen oder Hexer nannten, hacken lieber einer Ziege oder einem Huhn den Kopf ab, um ihren Todeskampf für sich zu nutzen, als die gotteslästerliche Tapferkeit zu besitzen, vor dem Jehova zu masturbieren, dessen Existenz sie angeblich verleugnen. Der einzige Weg, durch den diese mystischen Feiglinge sich rituell freisetzen können, ist die Qual des Todes eines Anderen, eigentlich stellvertretend für ihren Eignen, anstatt sich mit den Kräften zu befassen, die Leben erzeugen. Diejenigen, die auf dem Pfad des weißen Lichtes wandeln, sind die eigentlich Kalten und die Toten. Kein Wunder, dass diese lächerlichen Figuren der mystischen Weisheit sich in schützende Kreise stellen und die bösen Kräfte bannen müssen, um sich vor Angriffen zu schützen. Ein einziger guter Orgasmus würde sie wahrscheinlich töten. Das Menschenopfer in einem satanischen Ritual bedeutet nicht, dass das Opfer geschlachtet wird, um die Götter zu besänftigen. Das Opfer wird symbolisch durch einen Spruch oder Fluch zerstört. Dies führt zu körperlichen, geistigen oder emotionalen Vernichtungen des Opfers auf eine Art und Weise, die dem Magier nicht zugeschrieben werden kann. Der einzige Grund für ein solches Menschenopfer wäre, wenn es einen doppelten Zweck erfüllt, den Zorn des Magiers freizusetzen, indem er einen Fluch ausstößt und, weitaus wichtiger, um ein völlig widerwärtiges Individuum, das es nicht anders verdient hat, loszuwerden. Ein Satanist würde unter keinen Umständen ein Tier oder ein Baby opfern. Jahrhundertelang haben die Propagandisten des Pfades zu Rechten getratscht über die angeblichen Opferungen kleiner Kinder und üppiger Jungfrauen durch Teufelsanbeter. Man sollte meinen, dass bei derart vorurteilsbeladenen Quellen jeder, der solche abscheulichen Geschichten hört oder liest, sofort ihren Wahrheitsgehalt anzweifelt. Im Gegenteil, wie bei allen heiligen Lügen, die vorbehaltlos geglaubt werden, wird diese Unterstellung bis heute aufrechterhalten. Es gibt vernünftige und logische Gründe, warum der Satanist keine solchen Opferungen vollzieht. Der Mensch, das Tier, ist eine Gottheit für den Satanisten. Die reinste Form fleischlicher Existenz lebt in den Körpern von Tieren und Menschenkindern, die noch nicht alt genug sind, sich ihren natürlichen Bedürfnissen zu verweigern. Sie können Dinge wahrnehmen, die der durchschnittliche Erwachsenen niemals wahrnehmen würde. Diese Lebewesen sind dem Satanisten heilig, da er weiß, dass er viel von diesen natürlichen Zauberern lernen kann. Der Satanist kennt den Brauch jener, die auf dem Pfad von Agarthi wandeln, die Vernichtung des Gottes. Da die Götter immer nach der Vorstellung des Menschen geschaffen wurden und der Durchschnittsmensch hasst, was er in sich selbst zieht, muss das Unvermeidliche geschehen, die Opferung des Gottes, der ihn selbst darstellt. Der Satanist hasst weder sich noch die Götter, die er sich eventuell wählt und hat kein Verlangen danach, sich selbst zu zerstören oder etwas, was für ihn steht. Aus diesem Grund könnte er nie einem Tier oder einem Kind absichtlich Schaden zufügen. Es stellt sich die Frage, wer kommt dann als geeignetes und angemessenes Menschenopfer in Frage und wie muss jemand befähigt sein, um über eine solche Person zu urteilen? Die Antwort ist brutal einfach. Jeder, der dir Unrecht getan hat, jemand, der seinen Weg verlassen hat, um dich zu verletzen und dir und den jenigen, die dir lieb sind, absichtlich Ärger und Kummer zu bereiten, kurz gesagt, jemand, der durch seine Taten geradewegs dazu aufruft, verflucht zu werden. Wenn jemand durch sein verwerfliches Benehmen praktisch danach schreit, vernichtet zu werden, dann ist es wirklich deine moralische Pflicht, diesem Wunsch nachzukommen. Derjenige, der jede Gelegenheit nutzt, um auf anderen herumzuhacken, wird oft fälschlicherweise Sadist genannt. In Wirklichkeit ist er jedoch ein irregeleiteter Masochist, der auf seine eigene Zerstörung hinarbeitet. Der Grund, weshalb dich jemand bösartig angreift, ist entweder, weil er vor dir oder dem, was du verkörperst, Angst hat, oder weil er dir dein Glück neidet. Er ist schwach, labil und bewegt sich auf schwankendem Boden, wenn du ihn mit deinem Fluch belegst und ist das ideale Menschenopfer. Manchmal kann man leicht über die Missetaten des Opfers deines Fluches hinwegsehen, wenn man bedenkt, wie unglücklich diese Person in Wirklichkeit ist. Es ist aber längst nicht so einfach, die zerstörerischen Fußspuren deines Gegners zurückzuverfolgen und die Schäden wieder gut zu machen, die er verursacht hat. Das ideale Opfer ist vielleicht emotional labil, kann aber trotzdem mit seinen Machenschaften deinem ungestört sein oder guten Ruf ernsthaften Schaden zufügen. Geisteskrankheit, Nervenzusammenbrüche, Unausgeglichenheit, Angstzustände, zerrüttete Familien, Rivalitäten unter Geschwistern und so weiter mussten schon immer als bequeme Ausreden für bösartige und unverantwortliche Handlungen herhalten. Jeder, der sagt, wir müssen versuchen, diejenigen zu verstehen, die anderen unverdientermaßen das Leben schwer machen, unterstützt und fördert ein gesellschaftliches Krebsgeschwür. Die Verteidiger dieser fanatischen Menschen verdienen, dass man ihnen gehörig auf die Finger klopft. Verrückte Hunde werden erschlagen und sie hätten eher Hilfe nötig als der Mensch, der ein irrationales Verhalten zu leicht nimmt. Es ist einfach zu sagen, na und, diese Leute sind labil, sie können mich nicht verletzen. Aber es bleibt dabei, wenn sie die Möglichkeit haben, zerstören sie dich. Deshalb hast du absolut das Recht, sie symbolisch zu vernichten und wenn dein Fluch ihre Zerstörung bewirkt, dann freue dich darüber, dass du es warst, der die Welt von dieser Pest befreit hat. Wenn sich jemand an deinem Erfolg oder deinem Glück stört, schuldest du ihm nichts. Er ist dafür da, zertrampelt zu werden. Wenn die Menschen die Konsequenzen ihrer Taten ausbaten müssten, würden sie es sich zweimal überlegen. Leben nach dem Tode durch Selbstbewusstsein Der Mensch weiß, dass er eines Tages sterben muss. Auch andere Tiere wissen, wenn der Tod naht, dass sie sterben müssen. Aber erst, wenn der Tod sicher ist, fühlt das Tier seinen bevorstehenden Abschied von dieser Welt. Und selbst dann wissen sie nicht genau, was sterben bedeutet. Es wird oft behauptet, dass Tiere den Tod dankbar annehmen, ohne Angst oder Widerstand. Das ist eine schöne Vorstellung, die aber nur in den Fällen stimmt, wenn der Tod für das Tier unvermeidlich ist. Wenn ein Tier krank oder verletzt ist, wird es mit aller Kraft, die ihm noch bleibt, um sein Leben kämpfen. Dieser unerschütterliche Lebenswille würde auch dem Menschen, wenn er nicht so hoch entwickelt wäre, den Kampfgeist geben, den er zum Überleben braucht. Es ist eine bekannte Tatsache, dass viele Menschen einfach sterben, weil sie aufgegeben haben und ihnen alles egal ist. Das ist verständlich, wenn jemand sehr krank ist und keine Hoffnung auf Heilung sieht. Aber dies ist oft nicht der Fall. Der Mensch ist faul geworden. Er hat gelernt, den bequemsten Weg zu gehen. Sogar Selbstmord ist für viele Menschen inzwischen weniger abstoßend als manche andere Sünde. Dies ist ganz allein die Schuld der Religion. Der Tod wird in den meisten Religionen als großes geistiges Erwachen gepriesen, eines, auf das man sich sein Leben lang vorbereitet. Diese Vorstellung ist sehr ansprechend für jemanden, der kein befriedigendes Leben gehabt hat. Aber für diejenigen, die alle Freuden, die das Leben zu bieten hat, erfahren haben, ist mit dem Sterben eine große Furcht verbunden. Und so sollte es auch sein. Es ist diese Lust am Leben, die dem vitalen Menschen ermöglicht, nach dem unvermeidlichen Tod seiner fleischlichen Hülle weiterzuleben. Die Geschichte zeigt, dass Menschen, die ihr Leben für ein Ideal gegeben haben, als Märtyrer vergöttert wurden. Religiöse und politische Führer waren schon immer sehr raffiniert im Aushacken ihrer Pläne. Indem sie ihren Zeitgenossen den Märtyrer als leuchtendes Beispiel hinstellen, verhindern sie die Reaktion des gesunden Menschenverstandes, dass vorsätzliche Selbstzerstörung gegen jede tierische Logik geht. Für den Satanisten ist Märtyrer und allgemeiner Heldenmut keine Redlichkeit, sondern Dummheit. Dies trifft natürlich nicht zu in Situationen, in denen die Sicherheit eines geliebten Menschen auf dem Spiel steht. Aber sein eigenes Leben für so etwas Unpersönliches wie religiöse oder politische Motive hinzugeben, ist das allerletzte an Masochismus. Das Leben ist die große Sinnesfreude, der Tod die große Enthaltsamkeit. Für jemanden, der mit seinem irdischen Dasein zufrieden ist, ist das Leben ein Fest und niemand verlässt gern ein gutes Fest. Aus dem gleichen Grund wird jemand, der das Leben auf Erden genießt, dieses nicht gern für das Versprechen eines Lebens nach dem Tod aufgeben, über das er nichts weiß. Die östlichen mystischen Religionen bringen den Menschen bei, sich gegen jeden bewussten Erfolgswillen zu disziplinieren, damit sie mit dem universellen kosmischen Bewusstsein verschmelzen, also gegen alles, was zu einem gesunden Gefühl der Befriedigung oder des ehrlichen Stolzes auf irdische Erfolge führt. Es ist interessant festzustellen, dass in Gegenden, in denen dieser Glaube gedeiht, materieller Reichtum nicht so einfach zu erzielen ist. Aus diesem Grund muss der vorherrschende religiöse Glaube seine Anhänger loben, wenn sie materielle Dinge ablehnen und eine Ausdrucksweise vermeiden, die auf eine gewisse materialistische Wertschätzung hindeutet. Auf diese Art können die Menschen so weit besänftigt werden, dass sie ihr Los akzeptieren, egal wie gering ihr Auskommen sein mag. Der Satanismus verwendet viele Begriffe. Wenn es diese nicht gäbe, würden nur wenige von uns etwas im Leben verstehen, geschweige denn eine Bedeutung damit verbinden. Und Bedeutung führt zum Erkennen, etwas, das jeder will, speziell die östliche Mystik, die jedem beizubringen versucht, wie er noch länger meditieren oder noch größeren Mangel oder Schmerz ertragen kann als sein Mitmensch. Die östlichen Philosophien predigen die Zerstörung des menschlichen Selbstvertrauens, damit es nicht sündigen kann. Es ist für den Satanisten unergründlich, wie man sich ein Selbstvertrauen vorstellen soll, das sich selbst verleugnet. Es ist verständlich, dass eine Philosophie, die die Verneinung des Selbstbewusstseins lehrt, in Ländern, wo diese Taktik als Beruhigungsmittel für die so bereitwillig verarmten Menschen eingesetzt wird, einer nützlichen Absicht dient. Wenigstens für die Mächtigen, denn für sie wäre es zum Nachteil, wenn ihr Volk unzufrieden wäre. Aber wer jede Möglichkeit zu materiellem Gewinn hat, muss doch verrückt sein, sich diese religiöse Denkensweise auszusuchen. Die östliche Mystik glaubt fest an die Wiedergeburt. Für einen Menschen, der praktisch nichts in diesem Leben hat, mag die Vorstellung, in einem früheren Leben eventuell ein König gewesen zu sein, oder es im nächsten Leben zu werden, sehr attraktiv erscheinen und trägt dazu bei, sein Bedürfnis nach Selbstrespekt zu besänftigen. Wenn es nichts gibt, auf das er in diesem Leben stolz sein kann, dann tröstet er sich mit dem Gedanken, es gibt immer noch die zukünftigen Leben. Es fällt dem Menschen, der an die Wiedergeburt glaubt, einfach nicht auf, dass sein Vater, Großvater und Urgroßvater etc. kein gutes Karma entwickeln konnten, obwohl sie doch alle den gleichen Glauben und die gleichen ethischen Vorstellungen hatten wie er. Denn warum lebt er wohl jetzt in Entbehrung und nicht wie ein Maharaja? Der Glaube an die Wiedergeburt führt in eine wunderschöne Fantasiewelt, in der man den geeigneten Weg finden kann, sein Selbstvertrauen auszudrücken und gleichzeitig behaupten kann, es aufgelöst zu haben. Das spiegelt sich auch in den Rollen wieder, die sich die Menschen für ihr vergangenes oder zukünftiges Leben vorstellen. Wer an die Wiedergeburt glaubt, sucht sich nicht immer einen ehrenwerten Charakter aus. Wenn er eine angesehene oder konservative Persönlichkeit ist, wird er oft einen schillernden Schurken oder Gangster wählen und befriedigt damit die andere Seite seines Selbstbewusstseins. Und eine Frau, die einen hohen sozialen Status genießt, wählt zum Beispiel eine Hure oder eine berühmte Kortisane für die Beschreibung ihrer Rolle in einem früheren Leben. Wenn die Menschen sich von dem Stigma, das mit ihrer persönlichen Selbsterfüllung verbunden ist, trennen könnten, müssten sie sich nicht mit solchen Spielen etwas vormachen, wie an die Wiedergeburt zu glauben, als ein Mittel, ihr natürliches Bedürfnis nach Selbstbewusstsein zu befriedigen. Der Satanist glaubt an seine vollkommene Selbstverwirklichung. Der Satanismus ist in der Tat die einzige Religion, die die Förderung oder Stärkung des Selbstvertrauens befürwortet. Nur wer ausreichend Selbstvertrauen besitzt, kann es sich leisten, gütig und höflich zu anderen zu sein, ohne seinen Selbstrespekt zu verlieren. Wir denken immer, ein Angeber habe ein starkes Selbstbewusstsein, aber in Wirklichkeit entsteht seine Angeberei aus dem Bedürfnis, sein unterentwickeltes Selbstbewusstsein zu befriedigen. Die religiösen Führer haben ihre Anhänger immer durch die Unterdrückung des Selbstvertrauens bei der Stange gehalten. Indem sie ihren Anhängern das Gefühl der Unterlegenheit geben, wird die Ehrfurcht für ihren Gott gesichert. Der Satanismus ermutigt seine Mitglieder, ein starkes Selbstbewusstsein zu entwickeln, das ihnen den notwendigen Selbstrespekt für ein kraftvolles Leben auf dieser Erde gibt. Wenn ein Mensch sein ganzes Leben lang vital war und bis zum Ende um seine irdische Existenz gekämpft hat, dann weigert sich sein Selbstbewusstsein zu sterben, selbst nach dem Tod des Körpers, in dem es untergebracht war. Kleine Kinder sind, um ihre sprühende Begeisterung für das Leben zu beneiden. Dies wird deutlich an dem Kind, das nicht ins Bett gehen will, weil etwas Aufregendes im Gange ist, und wenn es ins Bett gelegt wird, schleicht es sich die Treppe hinunter und guckt heimlich hinter dem Vorhang hervor. Diese kindliche Lebendigkeit ist es, die es dem Satanisten ermöglicht, durch den Schleier von Finsternis und Tod zu schauen und erdverbunden zu bleiben. Selbst Aufopferung wird von der satanischen Religion nicht unterstützt. Falls es sich nicht um eine extreme Situation handelt, in der der Tod eine Erlösung von einem unerträglichen Leben auf Erden bedeutet, wird der Selbstmord von der satanischen Religion missbilligt. Die Es ist ziemlich merkwürdig, dass der Selbstmord von anderen Religionen nur dann für Sünde gehalten wird, wenn er freudig geschieht. Religiöse Feiertage Der höchste Gott, den man sich vorstellt, als sich selbst vorstellt. Jeder Mensch ist ein Gott, wenn er sich selbst als Gott anerkennt. So feiert der Satanist seinen eigenen Geburtstag als wichtigsten Feiertag des Jahres. Bist du schließlich nicht glücklicher über deine Geburt als über die Geburt von jemandem, den du überhaupt nicht kennst? Oder, mal abgesehen von den religiösen Feiertagen, warum sollte man dem Geburtstag eines Präsidenten oder irgendeinem Datum in der Geschichte mehr Aufmerksamkeit schenken, als dem Tag, an dem wir auf diese großartigste aller Welten gekommen sind? Selbst wenn einige von uns nicht gewollt oder zumindest nicht geplant waren, sind wir doch froh, hier zu sein, auch wenn es sonst niemand ist. Du solltest dir auf die Schulter klopfen, dir kaufen, worauf du Lust hast, dich behandeln wie dem König oder Gott, der du bist und deinen Geburtstag so aufwendig und prunkvoll wie nur möglich begehen. Nach dem eigenen Geburtstag sind die Walpurgisnacht und Halloween oder All Hallows Eve die beiden wichtigsten Feiertage. Sankt Walpurgis oder Walpurga oder Walburga je nach Epoche und Region wurde in Sussex gegen Ende des 7. oder Anfang des 8. Jahrhunderts geboren und wuchs in Winburn Dorset auf, wo sie, nachdem sie den Schleier nahm, 27 Jahre lang blieb. Sie zog dann auf Drängen ihres Onkels Sankt Bonifatius und ihres Bruders Sankt Willibald mit einigen anderen Nonnen nach Deutschland, wo sie religiöse Ansiedlungen gründete. Ihre erste Niederlassung war in Bischofsheim in der Diözese von Mainz und zwei Jahre später, 754 anno Domini, wurde sie Äbtissin des Benediktinerinnen-Klosters in Heidenheim in der Diözese von Eichstätt, Bayern, die ihrem Bruder Willibald unterstellt war. Dort wurde zur gleichen Zeit ein anderer ihrer Brüder Winnebald, Vorsteher eines Mönchsklosters. Als er 760 starb, wurde sie seine Nachfolgerin und führte die Oberaufsicht über beide Häuser bis zu ihrem Tod am 25. Februar 779. Ihre Reliquien wurden nach Eichstatt gebracht und in einer Höhle begraben, aus der eine Art bituminöses Öl austrat, später bekannt als Walpurgisöl, dem man eine wundersame Wirkung gegen Krankheiten nachsagte. Die Höhle wurde zum Wallfahrtsort und eine große Kirche wurde an dieser Stelle gebaut. Man gedenkt ihrer zu verschiedenen Gelegenheiten, hauptsächlich aber am 1. Mai, der auf das Datum eines früheren heidnischen Festes fällt. All dieses langatmige Geschwafel wurde erstaunlicherweise für notwendig gehalten, um den Fortbestand des wichtigsten heidnischen Festes Jahres zuzulassen, den großartigen Höhepunkt der Frühjahrstag- und Nachtgleiche. Der Vorabend des 1. Mai ist dafür bekannt, dass alle Dämonen, Gespenster, Schreckgespenster und weiße Frauen hervorkommen und ihre wilden Gelage abhalten und und damit die Verwirklichung der Frühjahrstag- und Nachtgleiche symbolisieren. Halloween, All Hallows Eve oder All Saints Day fällt auf den 31. Oktober oder 1. November. Ursprünglich war All Hallows Eve eines der großartigen Feuerfeste in Britannien zur Zeit der Druiden. In Schottland bedeutete es den Zeitpunkt, wenn die Geister der Toten, die Dämonen, Hexen und Zauberer ungewöhnlich lebhaft und gnädig waren. Paradoxerweise war All Hallows Eve auch die Nacht, in der junge Leute magische Rituale vollzogen, um ihre zukünftigen Lebenspartner zu bestimmen. Die Dorfjugend begien den Abend mit viel fröhlichem Getöse und lustvoller Feierei, aber die älteren Menschen trafen Vorkehrungen, ihre Häuser vor den bösen Geistern, Hexen und Dämonen zu schützen, die in dieser Nacht außergewöhnliche Kräfte hatten. Die Sonnenwänden und Tag- und Nachtgleichen werden auch als Feiertage gefeiert, weil sie den ersten Tag der Jahreszeiten ankündigen. Der Unterschied zwischen einer Sonnenwende und einer Tag- und Nachtgleiche ist semantisch und definiert die Beziehung zwischen Sonne, Mond und Fixsternen. Die Sonnenwende bezieht sich auf Sommer und Winter, die Tag- und Nachtgleiche auf Frühling und Herbst. Die Sommersonnenwende ist im Juni und die Wintersonnenwende im Dezember. Die Herbst-Tag- und Nachtgleiche ist im September und das Frühlings-Equinoxium im März. Sowohl die Tag- und Nachtgleichen als auch die Sonnenwenden variieren um ein oder zwei Tage von Jahr zu Jahr, abhängig vom jeweiligen Mondzyklus, aber normalerweise fallen sie auf den 21. oder 22. des Monats. Fünf oder sechs Wochen nach diesen Tagen werden die sagenhaften satanischen Feiern zelebriert. Die Schwarze Messe Kein anderer Begriff wird so oft mit dem Satanismus in Verbindung gebracht wie die Schwarze Messe. Die Feststellung, dass die gotteslästerlichste aller religiösen Zeremonien nicht mehr ist als eine literarische Erfindung, ist sicherlich eine Aussage, die näher erläutert werden muss, aber nichts könnte wahrer sein. Im Allgemeinen stellt man sich die Schwarze Messe so vor. Ein abtrünniger Priester steht vor einem Altar, der aus einer nackten Frau mit breit abgespreizten Beinen und hervorgerechter Vagina besteht. In jeder ihrer ausgestreckten Hände hält sie eine schwarze Kerze aus dem Fett von ungetauften Kindern und ein Kelch mit Urin oder Blut einer Prostituierten steht auf ihrem Bauch. Ein umgedrehtes Kreuz hängt über dem Altar und dreieckige Hostien aus Mutterkorn oder einer schwarzfleckigen Rübe werden gesegnet, indem der Priester sie pflichtschuldigst zwischen den Schamlippen der Altarfrau hin und her gleiten lässt. Dann, so wird gesagt, folgt eine Anrufung Satans und diverser Dämonen, gefolgt von einer Reihe Gebeten und Psalmen, die rückwärts vorgetragen werden und voller Obszönitäten sind. Und all das wird innerhalb der Grenzen eines schützenden Pentagramms vollzogen, das auf den Boden gezeichnet ist. Falls der Teufel erscheint, so tritt er immer in Form eines ziemlich begierigen Mannes auf, mit dem Kopf eines schwarzen Box auf den Schultern. Dann folgt ein Schwall von Geißelungen, Gebetsbuchverbrennungen, Cunnilingus, Felatio und allgemeiner Hinterbackenküßerei, alles untermalt mit zutigen Zitaten aus der Heiligen Schrift und hörbarem Anspucken des Kreuzes. Wenn ein Baby während des Rituals geschlachtet werden kann, umso besser, denn jeder weiß, dass das des Satanisten liebste Beschäftigung ist. Es ist verständlich, dass diese Berichte über die Schwarze Messe, die so abstoßend Klingen ihr Ziel erreichen, nämlich die Gläubigen an ihre Kirche zu binden. Jeder anständige Mensch würde sich auf die Seite des Inquisitors schlagen, wenn er von diesen Gotteslästerungen hört. Die Propagandisten der Kirche haben gute Arbeit geleistet, indem sie die Öffentlichkeit immer wieder über die Ketzereien und ruchlosen Taten der Heiden, Katara, Bogumilen, Templer und anderer aufklärten, die wegen ihrer dualistischen Philosophien und manchmal satanischen Logik ausgerottet werden mussten. Die Geschichten von ungetauften Kindern, die von Satanisten gestohlen wurden, um sie für die Messe zu benutzen, waren nicht nur eine wirkungsvolle Propagandamaßnahme, sondern auch eine zuverlässige Einkommensquelle für die Kirche. Jede christliche Mutter würde schnellstens ihr Kind anständig taufen lassen, wenn sie von diesen teuflischen Kindesentführungen hört. Eine andere Facette der menschlichen Wesensart ist, dass der Schriftsteller oder Künstler sich seine obszönsten Vorlieben mit lüsternen Gedanken ausmalen kann, indem er die Aktivitäten dieser Ketzer beschreibt. Der Zensor, der sich pornografisches Material ansieht, damit er weiß, wovor er die anderen warnen muss, ist das moderne Gegenstück zum mittelalterlichen Chronisten, der obszönen Taten der Satanisten und natürlich auch die entsprechenden modernen Journalisten. Man vermutet, dass sich die umfassendste pornografische Bibliothek im Besitz des Vatikans befindet. Es ist leicht ersichtlich, dass das Küssen des Hinterns des Teufels während der traditionellen Schwarzen Messe ein Vorläufer des Ausdrucks ist, mit dem man einen Menschen beschreibt, der jemandem schmeichelt, um einen materiellen Vorteil von ihm zu erhalten. Da alle satanischen Zeremonien einem sehr konkreten oder materiellen Ziel dienten, wurde der oscularum infame oder Kuss der Schande eher als symbolische Maßnahme für den irdischen als für den geistigen Erfolg angesehen. Normalerweise wird angenommen, dass eine satanische Zeremonie immer als Schwarze Messe bezeichnet wird. Eine Schwarze Messe ist nicht die magische Zeremonie, die von Satanisten praktiziert wird. Der Satanist setzt die Schwarze Messe nur als eine Art Psychodrama ein. Außerdem bedeutet der Begriff Schwarze Messe nicht unbedingt, dass ihre Teilnehmer Satanisten sind. Eine Schwarze Messe ist in erster Linie eine Parodie auf den Gottesdienst der römisch-katholischen Kirche, kann aber auch als Satire auf jede andere religiöse Zeremonie eingesetzt werden. Der Satanist hält die Schwarze Messe als Gotteslästerung der orthodoxen Riten für überflüssig. Die Gottesdienste der etablierten Religionen sind schon an sich Parodien auf alte Rituale, die von den Anbetern der Erde und des Fleisches durchgeführt wurden. In ihrem Bemühen, den heidnischen Glauben geschlechtslos und entmenschlich zu machen, haben die späteren Geistlichen die ehrliche Bedeutung der Rituale verfälscht und zu den farblosen Inhalten gemacht, die heute als wahre Messe gelten. Selbst wenn der Satanist jede Nacht damit verbringen würde, eine Schwarze Messe zu feiern, so würde er nicht mehr eine Karikatur zelebrieren, als der fromme Kirchgänger, der unwissentlich seine eigene Schwarze Messe besucht, seine Parodie auf die ehrlichen und gefühlvollen Riten der heidnischen Antike. Jede Zeremonie, die man als Schwarze Messe betrachten kann, muss schockieren und gewalttätig sein, denn das ist offensichtlich die Voraussetzung für ihren Erfolg. Im Mittelalter galt Gottes Lästerung als schockierend. Heutzutage hat die Kirche nicht mehr das Erfurt gebietende Image wie zu Zeiten der Inquisition. Die traditionelle Schwarze Messe ist längst nicht mehr das ungeheuerliche Schauspiel für den dilettantischen oder abtrünnigen Priester, das sie einmal war. Wenn der Satanist ein Ritual erstellt, das als Psychodrama dienen soll, um eine etablierte Einrichtung bloßzustellen, so achtet er sorgfältig darauf, nicht ein Modethema auszuwählen, das bereits als Parodie verwendet wurde. Auf diese Weise schlachtet er dann wirklich eine heilige Kuh. Heutzutage würde eine schwarze Messe solche heiligen Themen bloßstellen wie östlichen Mystizismus, Psychiatrie, die psychodelische Bewegung, Ultraliberalismus, Patriotismus würde gefördert, Drogen und ihre Gurus schlecht gemacht, kulturlose Militante würden vergöttert und der Verfall der kirchlichen Theologien könnte sogar einen satanischen Anschub erhalten. Der satanische Magus war immer ein Katalysator für die Entwicklung gängiger Glaubensvorstellungen und in diesem Fall kann eine Zeremonie nach der Art der Schwarzen Messe sogar einem weitreichenden magischen Zweck dienen. Im Jahr 1666 ereigneten sich in Frankreich einige sehr interessante Vorfälle. Nach dem Tod von François Mansart, dem Schöpfer des Trapezoids, dessen Geometrien zum Prototyp des Geisterhauses werden sollten, wurde der Palast von Versailles nach seinen Plänen errichtet. Die letzte glanzvolle Priesterin Satans, Jeanne-Marie Bouvier, Madame Guillon, wurde übertrumpft von einer scharfsinnigen Opportunistin und herzlosen Geschäftsfrau namens Katharine Desay, auch bekannt als La Voisin. Sie war eine ehemalige Kosmetikerin, die in den reißerischen Berichten über schwarze Messen ihre Inspiration fand, während sie sich in Abtreibungen versuchte und äußerst wirkungsvolle Gifte für Damen besorgte, die ihre Ehemänner oder Liebhaber zu beseitigen wünschten. Man kann mit Sicherheit sagen, dass 1666 das Jahr der ersten kommerziellen schwarzen Messe war. In der Gegend südlich von Saint-Denis, heute La Garenne, erwarb die La Voisin ein großes, von Mauern umgebenes Haus, ausgestattet mit Apotheken, Zellen, Laboratorien und einer Kapelle. Bald wurde es ein Muss für das Königshaus und einfache Laien, an den in diesem Kapitel schon beschriebenen Zeremonien teilzunehmen. Der organisierte Betrug, der sich durch diese Zeremonien zog, ging unauslöschlich als echte schwarze Messe in die Geschichte ein. Als die La Voisin am 13. Mai 1679 übrigens in der Kirche unserer lieben Frau der guten Botschaft verhaftet wurde, waren die Würfel schon gefallen. Die erniedrigenden Aktivitäten der La Voisin hatten die Würde des Satanismus für viele kommende Jahre zunichte gemacht. Die Marotte, Satanismus als Spaß und Spiel zu betreiben, begann in England Mitte des 18. Jahrhunderts in Form von Sir Francis Dashwoods Orden, der Madmanham Franziskaner im Volksmund Hellfire Club genannt. Sir Francis ließ Blut, Gemetzel und Babyfettkerzen weg und leitete Rituale voller gutem, schmutzigem Spaß. So schuf er eine farbenprächtige und harmlose Form des Psychodramas für viele der führenden Köpfe seiner Zeit. Eine interessante Nebenbeschäftigung von Sir Francis, die einen Hinweis auf die Atmosphäre im Hellfire Club gibt, war eine Gruppe, die Dilettanten Club genannt wurde und deren Gründer er war. Im 19. Jahrhundert wurde der Satanismus verfälscht durch die kläglichen Versuche von Weißmagiern, schwarze Magie zu praktizieren. Das war ein sehr paradoxer Zeitabschnitt für den Satanismus, mit Schriftstellern wie Baudelaire und Usman, die trotz ihrer offensichtlichen Besessenheit vom Bösen nette Kerle zu sein schienen. Der Teufel entwickelte seine luciferianische Persönlichkeit in aller Öffentlichkeit und wurde mit der Zeit zu einer Art Salonlöwe. Das war das Zeitalter der Experten der Schwarzen Kunst wie Eliphas Levi und zahllosen Transmedien, die es mit ihren sorgsam in Grenzen gehaltenen Geistern und Dämonen bis heute erreicht haben, auch den Verstand vieler, die sich selbst als Parapsychologen bezeichnen, in Grenzen zu halten. Was den Satanismus angeht, so waren die deutlichsten Anzeichen für diese Entwicklung die neopaganistischen Riten in Orden wie MacGregor Mathers Hermetischer Orden der Goldenen Dämmerung, Alistair Crawleys späterer Orden des Silbernen Sterns, Astrum Agentheum, und der Orden der orientalischen Tempelherren, O.T.O. Ordo Templi Orientis, der geradezu paranoisch jede Verbindung mit dem Satanismus leugnete, ungeachtet, dass von Crawley auf sich selbst bezogenen Bildes des Biestes aus der Offenbarung. Wenn Crawley nicht gerade auf Berge stieg, verbrachte er, abgesehen von recht bezaubernder Poesie und einem Halbwissen an magischem Nippes, seine meiste Zeit als Blender par excellence und machte Überstunden im Böse sein. Wie sein Zeitgenosse, Reverend Montague Summers, lief Crawley offensichtlich den größten Teil seines Lebens mit einem Knoten in der Zunge herum, aber seine Anhänger sind noch heute irgendwie imstande, einen esoterischen Sinn aus jedem seiner Worte herauszulesen. Mit diesen Gesellschaften in Übereinstimmung befanden sich die Sexclubs, die den Satanismus als ihre Grundlage benutzten und dies bis heute tun, sehr zur Freude der Boulevardpresse. Wenn es also so aussieht, dass die Schwarze Messe sich aus einer literarischen Erfindung der Kirche zu einer lasterhaften kommerziellen Realität entwickelt hat, zu einem Psychodrama für Dilettanten und Bilderstürmer, zu einem Trumpf im Ärmel der Massenmedien, wo ist dann der Zusammenhang zum wahren Wesen des Satanismus und wer praktizierte satanische Magie in den Jahren nach 1666. Die Lösung dieses Rätsels findet sich in einem weiteren Rätsel. Praktiziert derjenige, der als Satanist angesehen wird, wirklich Satanismus in seinem wahrhaften Sinn oder eher aus der Sicht der Meinungsmacher himmlischer Glaubensrichtungen? Es wurde oft und richtigerweise gesagt, dass alle Bücher über den Teufel von Stellvertretern Gottes geschrieben wurden. Deshalb ist es einfach nachzuvollziehen, dass durch die Lügen von Theologen eine Brut von Teufelsanbetern erfunden wurde. Dieser einstige böse Mensch praktiziert nicht unbedingt den wahren Satanismus. Auch ist er nicht die Verkörperung des uneingeschränkten Stolzes auf sich selbst, die dazu führte, dass die neopaganistische Welt von der Kirche als böse bezeichnet wird. Er ist stattdessen das Produkt späterer und ausgefeilterer Propaganda. Der Pseudo-Satanist hat es immer wieder fertiggebracht, durch seine schwarzen Messen mit mehr oder weniger heftiger Gotteslästerung in der modernen Geschichte aufzutauchen, aber der wirkliche Satanist ist nicht ganz so einfach als solcher zu erkennen. Es wäre vereinfacht zu sagen, dass alle erfolgreichen Männer oder Frauen auf Erden, ohne es zu wissen, praktizierende Satanisten sind. Aber das Streben nach irdischem Erfolg und seiner Verwirklichung sind sicher ein guter Grund für den heiligen Petrus, ein vernichtendes Urteil zu sprechen. Wenn es für den reichen Menschen so schwierig zu sein scheint, in den Himmel zu kommen, wie für das Kamel durch ein Nadelöhr zu gehen, wenn die Liebe zum Geld die Wurzel alles Bösen ist, dann müssen wir einfach daraus schließen, dass die mächtigsten Menschen auf dieser Welt die größten Satanisten sind. Dies trifft auf Finanziers, Industrielle, Päpste, Poeten, Diktatoren und alle mit ihnen verbundenen Meinungsmacher und Drahtzieher des Geschehens auf dieser Erde zu. Gelegentlich wird durch eine undichte Stelle bekannt, dass einige dieser geheimnisvollen Männer oder Frauen dabei ertappt wurden, sich in schwarzer Magie zu versuchen. Diese gehen dann natürlich als rätselhafte Persönlichkeiten in die Geschichte ein. Namen wie Rasputin, Sakharov, Kalliostro, Rosenberg und ihresgleichen sind sozusagen Anhaltspunkte für das Vermächtnis Satans. Ein Vermächtnis, das über ethnische, rassische und wirtschaftliche Unterschiede sowie irdische Ideologien hinausgeht. Der Satanist hat immer die Welt regiert und er wird es immer tun, egal wie man ihn nennt. Eines ist sicher. Die Maßstäbe, Philosophien und Vorgehensweisen, die auf diesen Seiten dargelegt werden, werden von den selbstbewusstesten und mächtigsten Menschen auf dieser Erde angewandt. In den geheimen Gedanken jeder Frau und jedes Mannes mit gesundem und klarem Menschenverstand ruht die Fähigkeit zum Satanisten. Das Zeichen der Hörner wird eher vielen erscheinen als wenigen und der Magier wird sich zeigen, auf das er erkannt werde.